guten tag meine lieben leute ja clash royale ich glaube heute heute kam ja wieder clash royale ja heute kommt auch noch mal coc warum weil wir natürlich noch ein 20k special haben klar und nebenbei haben wir natürlich nicht nur ein 20k special sondern wir haben auch ein 30er special ja heute donnerstag 14.04.2016 ist genau 30 jahre her als der guso auf die welt gekommen ist das heißt heute ist mein geburtstag und ich habe nichts besseres zu tun als videos zu machen ja weil es spaß macht und ich eine erdbeere esse so und zwar schmeckt die sogar noch lecker als wäre noch morgen tau dran was machen wir machen folgendes wir sind kurz vor einer mauer die können wir ja dann machen alles gut alles schön folgende sache ich habe für heute noch vor einen stream zu machen das heißt also alle die dieses video jetzt später sehen morgen übermorgen wie auch immer vollkommen egal dann ist der stream natürlich schon vorbei der stream ist am 14.04 ich denke mal so irgendwas um und bei 19 uhr würde ich jetzt mal so sagen wieder auf camcord wisst ihr ja camcord slash live slash guso sollte passen und ich würde auf jeden fall wieder eine übel extreme situation herbei rufen wollen und zwar wieder nicht nur einen clan sprengen sondern richtig cool dass man wirklich sagt gut okay kommt hier hat man irgendwie einen clan und da dem wollen wir mal richtig schön den arsch aufreißen und das ist cool das macht richtig spaß und deswegen wird das gemacht und dann würde ich auch sagen die 493 gems die würde ich auch gerne für euch also dass wir wieder irgendwie community mäßig was machen also sprich wir machen community clan und dann beziehungsweise wir werden uns ja in dieser klaren sprengungsphase eh sehen und dass ich dann halt eben auch noch mal truppen raushaue also da könnte man eigentlich auch schon wieder was vorbereiten hier dass man sagt gut okay man haut noch mal ein paar ja bloß pecker sind zum beispiel auch nicht so das wahre was was haltet ihr genau das schreibt ihr jetzt einfach mal bitte rein was haltet ihr zum beispiel davon dass man halt klar ich meine ich habe die ja nur auf level 4 weil ich ja nur townhall 9 bin ich kann ja nicht mehr guckt mal hier bitte rein forschen und zack die back und dann sehen wir nämlich da ich bräuchte ja ein labor level 8 klar soweit klar aber trotzdem die sind ja jetzt ganz gut angesagt ich würde die einfach mal bauen und ansonsten haut mal bitte in die kommentare was ihr gerne haben wollen würde jetzt an truppen wo ihr sagt ah ja das wäre auch nicht schlecht ob ich noch ein paar magier oder sowas vorbereiten soll würde mich mal ganz cooler sache cooler weise interessieren weil ich würde raushauen ich würde wirklich raushauen und gerne also nicht hier nicht nur einfach bogies sondern dann passt das würde ich sagen so hier haben wir angriff vom linux da bin ich ja immer schon da weiß ich ja immer schon dass das richtig geiles zeug wird weil die halt auch echt angreifen kann muss man sagen hier kommt eine ordentliche riesenfront wobei mir das ein bisschen klären moment das wäre mir echt schon ein bisschen gefährlich gewesen weil ihr seht es ja selber hier guckt mal wenn man hier halt eben alles soweit zugestellt hat und dann auf einmal so ein mega freies stück findet da kriege ich immer schon so ein bisschen angst könnte da nicht irgendwo was sitzen aber scheint ja gelaufen zu sein hier der entfernung vom gegner richtig well placed kann man sagen wenn man halt relativ schwierig rankommt und ich gehe mal davon aus der wird auch gleich los hitten und ja guck mal da ich meine klar wenn die riesen halt geheilt werden naja aber riesen heilen bei beim inferno wird halt schlecht haha klar zumindest eben die sache die halt durch den inferno passiert wird halt nicht geheilt klar aber expo und sowas so jetzt kümmert sich hier die queen drum weil sonst wäre der entferno gar nicht down gegangen also da hat der gegner das gar nicht so verkehrt gemacht und hier räumt er halt mega auf auf jeden fall geiles ding schön die riesen haben durchgehalten das hat geklappt hier richtig vollkommen richtig schnell noch geraged dass der king halt den anderen king platt macht auf jeden fall da wurde mal ordentlich geschäft richtig cooles ding und es sind einfach mal fast eine million war so jetzt wurde ich schon das zweite mal unterbrochen aber wie gesagt klar geburtstagswünsche bleiben natürlich nicht aus so und oh ja oh da sind wir sogar direkt dabei bei einem angriff nova verteidigt wird vom dritten angegriffen na queen walk ist also nee andersrum man kann es ja nicht einfach gleich queen walk nennen nur weil eine queen da ist und wir ein paar heiler sehen nein somit kann man es definitiv nicht queen walk nennen aber ich würde mal sagen es wird eine gute vorbereitung im bezug auf etwas aber hier kann er gleich richtig böse auf den sack bekommen wenn er es mit dem gift nicht richtig anstellt weil die loons killen seine queen und kommt kommt das seht ihr jetzt kommt das wäre so episch ihr habt ihr habt es gesehen das wäre fast in die hose gegangen gegangen aber ich würde denken mit der vorarbeit die ihr hier geliefert hat wird er zeitlich probleme bekommen würde ich jetzt einfach mal denken würde ich jetzt mal in raum werfen hier pass auf da gibt es probleme zeitlich ansonsten klar aufstellung er als dritter gegen bei uns den sechsten wird denke ich mal so grundsätzlich eine easy nummer für ihn werden eigentlich also da sollte er die base ganz schön gut auseinander nehmen aber wie gesagt ich kann mir vorstellen dass er zeitprobleme kriegt klar schweine sind immer so eine sache die sind natürlich richtig schnell durch die base durch und damit kann man halt richtig gut aufholen so jetzt haben wir aber hier sogar noch skelette und die skelette werden den schweinen zusetzen auf jeden fall weil er hat keine heal spells mehr guckt mal guckt mal guckt mal nur jetzt wirklich fokus auf die schweine nach und nach oder kommt die nächste bombe und so weiter und so fort weil wenn die schweine überlebt hätten wäre das alles in anführungsstrichen noch schneller gegangen ich denke das wird trotzdem klappen bei ihm weil er halt wirklich noch eine minute hat der hat die wirklich gut auseinander genommen also aber da hatte nur war keine chance das ist halt so ganz klar aber ansonsten hätte das halt eben noch schneller laufen können wenn die schweinchen halt da nicht down gegangen wären aber wie gesagt da muss man wirklich nicht sagen warum hast du das nicht geschafft beziehungsweise warum konntest du nicht verteidigen nova das ist vollkommen gerechtfertigt alles gut und wenn wir uns wirklich mal alleine nur die mauern vom nova angucken und früher den account also wirklich er war halt komplett gerushter 10er und hat halt mit einem anderen account halt wirklich neu angefangen und sich halt wirklich hingesetzt und gesagt komm hier ich gebe jetzt noch mal gas und nichts mehr mit russern sondern richtig schön durcharbeiten das sieht hier nach 2 star aus was wollen wir mehr ich habe jetzt nicht gesehen wie viel sterne wir schon bei diesem menschen hatten aber ich sag mal 40 zu 32 was will man mehr das passt auf jeden fall super super ja so läuft das hier so muss das sein so jetzt gucken wir noch mal kurz ob der alex hatten wir uns hier noch oh ja doch das ist auch eine geile sache ich muss mal gucken ob ich eventuell noch mal in den one million loot clan reingehe und euch dafür dann einfach noch mal in den nächsten tagen halt einfach noch mal ein paar coole angriffe zeigen kann da schaue ich mal dass da wieder mal ein bisschen was geht und und dann wird danach auch irgendwann noch ja in den nächsten tagen sozusagen dann noch mal ein bisschen so ein kommentar video kommen also ich beantworte kommentare weil das ist auch eine coole sache das ist dann einfach nicht so dieses dieser einheitsbrei weil wir gesagt das muss nicht sein sondern kann man sagen gut okay komm jetzt wird gleich der king richtig gerüstet auf jeden fall anni jetzt 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 tackled da hier noch mal schön rum glück gehabt weil der hatte nämlich zuerst bin ich der meinung hat er den king im visier gehabt und single inferno ist dann schon ziemlich hart Schnell ran und gleich kaputt machen das ding alter der nächste auch auf single alter verwalter Klar ist natürlich fluch und segen man also man kann natürlich wenn man die richtig rein spammt sag ich mal Kann man natürlich sagen ha 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 warum hatte der den auf single Alter wie der alles weg brutzelt richtig krass aber ansonsten gibt es hier ordentlich loot für den alex würde ich mal so sagen das sah gar nicht so verkehrt aus aber die riesenbombe krass und hier seht ihr halt eben auch wieder dieses es macht halt spaß es macht halt einfach mal spaß nicht so ich muss ja ich muss ja und ich krieg wieder nachricht cooles ding und das ist es halt nebenbei hey 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 hier noch mal kurze story und zwar ihr wisst es ja ich habe es ja letzte nicht nicht letzte woche sondern sogar diese woche gebracht mit dem video wo ich das eben angesprochen habe mit arreto kann ich jetzt nicht nicht zurücknehmen weil er hat es ja soweit geschrieben gehabt also dass ein ein ja ein kommentar war ja auch von wegen das hat er hätte arreto ja nicht nie geschrieben doch doch hat er auch geschrieben hat er auch zugegeben das ist gar nicht das thema und das ist das was ich ihm super super hoch anrechne und zwar ist die sache einfach die er wusste ja selber er hat es geschrieben und jetzt hat er mir aber also nachdem ich halt gemerkt habe auf sein video oder nee auf mein video hat er nicht geantwortet irgendwie oder kommentiert ja was ist das für ein lappen oder wie auch immer sondern er hat das ganz sachlich und wirklich einfach mal erwachsen kommentiert und hat geschrieben hier pass auf ich kann gleich noch mal in das video kurz rein gucken ging aber darum dass er eben halt gesagt habe hier ich würde das gerne noch mal mit dir klären wenn du halt eben darauf keinen bock mehr hast ist das auch in ordnung aber ich würde es halt gerne klären warum soll ich denn dann sagen nee warum denn warum denn warum denn du hast mich ja beleidigt oder wie auch immer nein ist doch totaler quatsch und was kam raus er schrieb mir hier also erstmal fand ich es doof dass du das im video so gezeigt hast was ich verstehen kann klar würde ich auch nicht schön finden aber es ist ja nun mal so gewesen aber dann halt gesagt ey pass auf an dem tag war es halt echt ich habe da mega viel zeit in das video reingesteckt es ging darum ich hatte ja dieses fünf dinge die kein kein coc spieler sagt das kam mir halt einfach wirklich in gedanken sag ich jetzt mal kam mir in sinn und hatte ja das video gemacht was ja auch wirklich geliked wurde ohne ende richtig coole sache so und wirklich ein oder zwei tage später kam er mit dem gleichen content aber ich muss auch ganz ehrlich sagen er hat das um einiges besser umgesetzt als ich also definitiv es da chapeau definitiv das hat er richtig gut gerissen und deswegen habe ich auch gar nicht gesagt weil weil es mir auch gar nicht eingefallen ist sage ich jetzt mal zu sagen oder das hat er ja von mir kopiert nein er sagte halt eben auch er hat das bei ks freak glaube ich hieß der gesehen und der hatte das glaube ich irgendwie bei battlefield oder sowas gemacht und er hat es eben dann auf coc umgemünzt so das heißt also mir ist es einfach so eingefallen weil ich ks freak nicht kenne und auch nicht gucke und ich dachte mir das wäre eine coole sache so und dann war es halt aus zufall so dass er das kurz danach brachte also von von mir kam da auch kein shitstorm wie auch immer und dann hat ich will jetzt nicht so olex oder der olex also ein abonnent von mir hat ihm daneben geschrieben ja hier hast du abgekupfert was ich auch von der olex oder olex auch nicht ihm das nicht übel nehme weil er hat jetzt auch nicht gesagt kranker penner oder sowas aber trotzdem ist das natürlich so areto saß halt da und hat sich halt megamäßig mühe gegeben und hat es halt nicht von mir abgekupfert und steht dann da und kriegt dann so einen satz an kopf geworfen wie ja hast du nachgemacht das wirkt natürlich schon scheiße und dann kann ich das auch vollkommen verstehen dass er gesagt hat hier gusua eh scheiß konnte unser vollkommen in ordnung er war davon eben gereizt und jetzt seht ihr das einfach mal selber ihr seht das einfach mal gerade mal vier tage weiter wie man miteinander umgehen kann wie es einfach mal laufen kann wenn man sich einfach ordentlich oder oder ja nett und so verhält und nicht einfach nur gleich sagt hey hier komm der hat mir jetzt mal irgendwie was der hat mich irgendwie pissig behandelt oder sowas sondern einfach auch mal sagt ey pass auf das sind das war ein fehler oder sowas und fertig und da hat er wirklich nicht eingeknickt hat gesagt ey hier komm sorry das war nicht so gemein und fertig da kann man das außen vor lassen und deswegen eben auch dieses nicht 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 zu vorschnell handeln also ich will jetzt nicht wieder den moralapostel raushängen lassen oder sowas aber da sieht man halt wieder wirklich hätte ich jetzt gesagt ey komm hier komm der typ wird geblockt und der kann bleiben wo der pfeffer wächst nö jetzt kann man sich dann sagen ey komm ist jetzt nicht so dass wir jetzt sagen ey komm wir haben gleich das nächste video geplant und das war jetzt alles abgekatertes spiel oder sowas sondern einfach dass man sagt ey komm man kann wieder miteinander und man kann sich mal irgendwie tipps geben oder sowas oder man kann auch mal ein video miteinander machen und dann ist es vollkommen in ordnung so kann es sein wenn man sich einfach nicht mehr kann wie auch immer muss man ja aber auch nicht irgendwie sagen ja der ist der total letzte penner und wie auch immer und die abonnenten aufeinander aufheizen ist doch quatsch fand ich super gut dass ihr das auch ordentlich sage ich jetzt mal gehandhabt habt und nicht zu viel gehatet habt oder sowas klar er hat ein paar dislikes und ein paar blöde kommentare bekommen aber das gibt es immer mal klar aber ansonsten finde ich das richtig richtig gut dass es nicht dass es sich im rahmen gehalten hat und wie gesagt von mir immer wieder die sache nicht irgendwie andere haten auf youtube oder sowas weil irgendwie was total dummes war also was ich jetzt zum beispiel ich weiß es noch als mich so ein paar kleine kitties irgendwie die auch irgendwie ja hier seine videos sind scheiße und wie auch immer und wo ich dann aber aus zufall mal deren kanal gesehen habe wo ich mir dachte alter die ganze zweit auf der couch saßen und dann sagt naja hier wir machen ios jailbreak und sowas wo ich mir dachte ganz genau läuft bei euch läuft bei euch und da habe ich dann halt auch mal gesagt nein könnt ihr ja mal einen schönen gruß von mir bestellen der so von daher wisst ihr was los ist jetzt wieder so ein bisschen real talk das war mir halt wirklich ganz 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 wichtige sache mit mit areto dass das halt geklärt ist und wirklich wenn ihr halt wirklich merkt einer passt euch halt gar nicht irgendwie ist doch gar nicht schlimm auch auch mit diesem wenn mich jemand also wenn wenn dieser jemand jetzt wiederum auch das video bis hierhin gucken sollte dann weiß man ja gut okay dann hat er ja schon interesse an dem video an sich aber wenn halt einer wirklich sagt das habe ich auch schon öfter gesagt gekriegt von immer der gleichen person oder deine videos sind doof deine videos sind doof ey gar kein thema das ist vollkommen in ordnung wenn du auf diese videos nicht stehst oder wenn du sagst ey komm ich bin halt einfach ein totaler doppel ist das in ordnung müsst ihr nicht ist doch gar nicht schlimm keiner ist gezwungen meine videos zu gucken gar kein ding also von daher passt das ich wünsche euch was wir das vielleicht sehen wir uns heute im stream 14 vierter vierter und dann war es das habt spaß ich wünsche euch was ciao